ARD Text im Auftrag von Funk Also gut, ihr Hühner! Bereit zum Futter fassen? Aaaaaah! Ah! Das ist unser Essen! Bleib hier! Aaaaaah! Aaaaaah! Hilfe! Aaaaaah! Du! Diese Kreatur hat dich beschützt. Wie ist sein Name? Keine Ahnung. Ich errate ihn, ich behalte ihn. Killer! Stinker! Dreckspatz! Schwinner! Knallkopf! Spot! Spot? Komm her Spot, komm her! Ah! 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 Wir müssen zurück nach Hause. Ah! Ah! Ich hab ne Aufgabe für dich. Schleich dich auf dem Pfad an den Hornköpfen vorbei und lenk sie ab. Was? Ich hab keine Lust mehr, Angst zu haben. Angst zu haben, gehört zum Leben. Aaaaaah! Ich vermisse meine Familie. Huh? Das verstehst du nicht. Ah! Movie Snacks Jeder Mensch hat eine Kommandozentrale im Kopf, die von jeweils fünf Hauptgefühlen kontrolliert wird, nämlich Angst, Ekel, Wut, Kummer und Freude. Freunde ist dabei die Protagonistin, es geht darum, dass sie möglichst dominant in Rileys Kopf herrscht, als eines Tages aber Kummer mehr und mehr versucht, sich in Rileys Gedankengänge einzumischen, versucht Freude einzuschreiten, die beiden streiten sich und landen tief in Rileys Gehirn. Dabei erforschen sie ihre gesamte Persönlichkeit bei dem Versuch, zurück zur Kommandozentrale zu gelangen, was gar nicht so einfach ist.